Musik Manchmal verschlägt es einen überraschend in ein toskanisches Dorf, wie das 1500 Einwohner zählende Monticiano südlich von Siena, geschieht dies gar in der Mittagszeit, liegt es ausgestorben in der brennenden Sonne. Dennoch kann man Entdeckungen machen. So findet man in der Altstadt mit ihren alten Häusern die aus dem 12. Jahrhundert stammende Kirche des San Justo und San Clemente mit einer beeindruckenden Fassade und einem herrlich verspielten Lockenturm. Die Hauptjadra von Monticiano mit einem modernen Rathaus scheint zwar nicht so altertümlich, und doch versteckt sich hier beinahe die romanische Kirche des San Agostino, die dem späten 13. Jahrhundert zugerechnet wird. Im Inneren ein großes Kirchenschiff mit barocken Elementen und eine weitere Überraschung. In einem gläsernen Sarkophag eine Mumie, über die wir allerdings in dieser Siesta-Stunde nichts Näheres in Erfahrung bringen konnten. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.